Wagee und Chloe, wo seid ihr jetzt mal? Wir sind auf der Party der Besetzung. Ich habe Wagee schon achtmal getextet. Ich glaube nicht, dass wir noch kommen. Chloe, du solltest kommen. Ja, Chloe, du warst großartig, Süße. Hey, Chloe, super gemacht. Ah, Bug. Danke, aber ich kann nicht. Aber du hast uns total gerettet. Oh, ich hätte euch keine Vorführung gegeben. Immerhin, komm einfach. Bring Wagee mit. Tut mir leid, Leute. Oh, guck mal, wie nett die alle sind, ja? Und hier, Bug. Die lernen wir noch kennen. Die ist ja mal so ein bisschen mit Warren am Anbinden. Nachher, okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, zwei werden wahrscheinlich hier wieder sein, oder wir wissen ja nicht. Mal gucken. Ich will mal versuchen, dieses Mal, diese letzte Episode, alles zu bekommen. Und das ist eine ziemlich coole Art. Ich kann mir vorstellen, dass Chloe das gemalt hat. Sie ist so künstlerisch, also... So viel jetzt erst mal... Ja, das haben wir ja schon alles gesehen. Ich glaube, da ist nichts Neues mehr. Ich hoffe, heute nicht hat Rachel's Erinnerungen von Familienreisen wie so. Sie sagt was anderes. Das Tempest-Show fühlt sich so weit weg. Das finde ich gut gemacht. Das letzte, war schon eine neue Episode und sie sagt was ganz anderes darüber. Oh, das ist neu, ne? Amor. Wirklich, es ist eine wundervolle Besetzung und Crew von der Sturm. Es ist mir so leid, dass ich nicht da war. Ein Hund vollkam dazwischen. Ich liebe euch. Es geht mir so leid. Warum tut es dir leid? Du steuerst das Feuer nicht, oder doch? Chloe hat sich meist aufgehalten. Gibt es da das Neues für duest Zustand? Er holt sich. Wir besuchen ihn morgen als erstes. Das ist so schrecklich, um zu schauen. Das sieht aus wie eine James-and-Rose-Buchschelze. Ich kann nicht vorstellen, Sarah hier statt. Okay, das finde ich schon mal, das Detail finde ich sehr großartig, dass es praktisch, was wir vor uns angucken können, jetzt auch angucken können, aber sie was anderes sagt. Ich traue mich jetzt gar nicht, mit James zu reden. Rachel wusste nur halb die Wahrheit, als sie das Feuer setzte. Was, wenn sie alles wusste? Und das hat ja auch gemeint, dass Frank, dass sie gefährlich ist. Wahrscheinlich, weil sie Leute manipuliert auch. Mhm. Mhm. Ich verstehe mich nicht. Ich denke, wie sie dann bei den ganzen Versuchungen wachsen. Was idee ist? Ich verstehe mich nicht. Ich denke, dass ich nicht so dumm, Rachel zu überlassen, ob das überhaupt nicht tun kann. Ich verstehe mich nicht. Du wirst du Angst, dass sie zu leisten, dass sie etwas tun können? Ich denke, dass sie darüber nicht zu helfen würde. But addicts can cause tremendous harm without meaning to. Yeah, but Rachel's not a baby anymore. Listen to me. Sarah brought criminals and drug dealers into our home. She put Rachel in serious danger just to chase her habit. Do you think Sarah is involved with any of the drug dealers around here? It wouldn't surprise me if she were. Sarah, that's who she is. Chloe, I believe Rachel trusts you more than anyone else right now. Is this where you ask me to manipulate Rachel into doing what you want? This is where I ask you to do as your conscience dictates. But please, put my daughter's safety first. That is something I will always do. She's so young. You are, too. But I know you've experienced loss. Protect her from that. Please. I'll do what I can. I care about her, too. You know? I know. Thank you. Okay. Sagen wir so, dieses Gespräch lief auf jeden Fall etwas besser als eher im zweiten Teil. Da war es wirklich sehr, jetzt so ein bisschen hat sich das geöffnet. Und ich wollte Ihnen jetzt nicht nur einen reinwürgen und sagen, fangen Sie mit der Wahrheit an. Also der ist auch so gebrochen. Weil es muss mich auch schrecklich sein. Überleg mal. Man kann ihn ja trotzdem verstehen. Auch wenn er sich ein Arsch ist, ist ja klar. Aber es ist nun mal so, dass Sarah gefährlich ist. Und du weißt ja gar nicht, wie sie wirklich drauf ist. Ob sie wirklich geheilt ist. Ob sie einfach nur so wieder rückwärtig werden kann. Oh, er wurde schon... Und wir haben gesehen, dass die Kerze kurz geflammert hat. Ich weiß, man könnte immer sagen, auch mit dem Feuer, wo sie geschrien hat, das war alles Dramaturgie. Aber ich glaube schon, dass sie ein bisschen so die Kraft da hat. Irgendwie so mit Feuer. Ich meine... Max kann Time Trouble und ich glaube schon, dass andere Kräfte auch da sind. Und somit müsste es da sein. Okay. Wir reden noch mit ihr und dann gehen wir aber mal hoch. Wir machen das. Aber erstmal gehen wir zu Rose. Erstmal reden. Hey, Mrs. Amber. Ich denke, es ist Rose an diesem Punkt. Bekündigt, dass alles... Okay, Rose. Sorry, that tonight turned out so... ...differently. Das ist all right. Ich bin wirklich ganz glücklich, dass du hier bist. Ich bin wirklich ganz glücklich. Ich bin wirklich glücklich. Aber... Aber... ...wie? Ich weiß, dass ich nicht gut bin. Rachel und ich waren wirklich glücklich ein paar Stunden. Und jetzt... Vielleicht können Sie sehen, warum James wollte das ein Geheimnis halten. Es gibt viele Schmerzungen über Rachel, including meine eigene Rolle in Hiding the Truth. Sarah shouldn't have taken money over seeing her daughter. You know, I am so thankful to her that she did. It gave me the opportunity to be Rachel's mother. I never knew how much I could love someone. Until I had Rachel. But hearing the truth after all these years... ...hurt Rachel more than anything. I'm not happy with James for the whole way this came out. You're not happy with James? What about what he did at the Overlook? It might be hard for you to understand. But after 13 years of marriage, I'm not threatened by what happened. You're right. I don't understand. You don't have to worry about me. Or James. Rachel's the one who needs you right now. Do you think Sarah is dangerous? I've never met her, so I don't know. But I'm inclined to trust my husband. His entire life is about keeping people safe. Rachel is extremely fortunate to have him as her father. Thanks. Thank you, Chloe. It's so weird to look at this now. 1 1 2 2 2 2 1 Ja, ein gespielte, glückliche Familie. Und wie gesagt, diese ganze Szene... Auf keinen Fall. Weil, ja, natürlich, er ist der Vater. Er hat das Sorgerecht, ist klar. Darum darf er das machen, wenn Sarah halt wirklich so ist. Und wir wissen aber, wir kennen aber Cyrus' Geschichte nicht. Wir wissen ja nicht, ob vielleicht er extra das macht mit denen. Also, ob vielleicht die sie sehen wollte. Und zeigen wir aber eher, er weiß nicht, wie sie wollte. Weil er dachte, nee, einmal, also es gibt keine zweiten Chancen. Verstehst du so ein bisschen? Und deshalb, ich bin mir unsicher bei ihm. Aber, tut er, ach, das kann nicht alle leid tun. Aber Wachel ist eigentlich die meiste, die man da tut. Und natürlich immer Chloe. Aber Wachel ist einfach, die braucht uns jetzt. Das machen wir jetzt, äh, jetzt, ein bisschen aufmuntern. Hoffentlich. Uh, Rachel? Und damit auch nochmal offiziell. Willkommen zu Life is Strange Before the Storm, Episode 3. Die Hölle ist leer. Ja, jetzt kommen wir zum letzten, kann man sagen, zum letzten Akt dieses Dramas. Es ist ja auch ein Drama, aber es ist so großartig. Und, ja, lasst uns gemeinsam das Ganze hoffentlich etwas besser zu Ende bringen und gute Entscheidungen treffen. Ähm, für Rachel da sein. Ja, aber natürlich, wir können es ja erstmal umschauen. Erstmal umschauen. Rachel hat so viele Inspirationen. Sie kann sie gar nicht alle enthalten. Nichts ist unmöglich. Das Wort selbst enthält möglich. All we have her. Die Anfangs sind wir heute. Mary Wollstonecraft. Denken wir das Undenkbare, lösen wir das Unlösbare. Machen wir uns bereit, mit den Unaussprechlichen zu ringen und finden wir heraus, ob wir es nicht doch versauen können. Douglas Adams. Es ist recht, dass ich diese trostlose Welt, ich soll verlassen und ein gerechtes Utopia suche, das ich nie finden mag. Henry Kendall. Kiss me Kate. In der Promenade. Promenade. Once upon a time. Forum des Paradies. Die Glasmenagerie. Im Weber Theater. So sei es. Nichts übersehen. Keine Tattoos. Ja, so ist es. Rachel ist so viel Liebe. Aber sie scheint so... ...unlös. Das klingt similar. An unsere wundervolle Tochter für den Abend ihres ersten Auftritts. Hals und Beinbruch. Wir lieben dich, Mama und Papa. Es macht Sinn, dass Rachel zwei Signale braucht, um ihre Wundervolle zu enthalten. Ich will sie von jetzt an Lioncrab nennen. 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 Kreativ, leidenschaftlich, liebevoll, hingangsvoll, diplomatisch, sprunghaft, besitzergreifend dramatisch schwächen. Ja. Irgendwann ist es sprunghaft. Das sehen wir ja, wissen wir ja. Also es passt perfekt zu ihr. Und guck mal, sie ist punkisch. Also sie ist punk und... Das erklärt auch, warum sie Chloe so cool findet. Aber bevor du erinnerst, du bist lieb. Die Ying und Hadass Yang von Rachel Amber. Before else bearmed. In Chia Valley. Denk, hänge zuallererst daran, dass du geliebt wirst. Sportasche. Wir waren so nahe, um unsere Freude zu machen. Jetzt... Ich weiß nicht. Ja, sie war voller Tatendorger und das hat jetzt alles geübt. Ach, guck mal an. Travel to Asia. Oh, sie wollte prima nach Asien. Macht sie mir schon tausendmal sympathisch. Also wäre Japan und so... Rachel, jetzt liebe ich dich auch. Und will, dass du einfach... Ach, dass du mit Chloe einfach klugig wirst. Aber... Ist es eine Sektion, wie man mit Fohren durch den batschitt-kraschenden Familiendramaten zu gehen? Nein. Typ... Typ 4. Den Willen ist es kreativ, sensibel, unabhängig. Neigt zu Melancholie und Maßlosigkeit. Das Beste für einen Typ 4 ist es, von den Gefühlen der Vergangenheit abzulassen und sich auf das Potenzial, das die Zukunft bereitet, zu konzentrieren. Die Zukunft zu konzentrieren, würde ich bei Rachel mal vermeiden. Vor allem, weil wir die Zukunft kennen. Und das ist nicht schön. Kannst du immer sicher sein? Sicher. Aber aus wer? Das ist wahr, mein Freund. Okay. Ähm. Land der Freaks. Das war schon die Landkarte und das Folterplan. Also. Öffnen wir erstmal. Vielleicht haben wir da was drin. Wir nehmen erstmal gar nichts. Das Trigger ist bestimmt alles. Wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Erstmal hier natürlich alles durch Wimba-Wage, während die hier am Ende ist. Wirst du erstmal alles ein bisschen... Latein, ah. Okay. Amerikanische Erlebnis, ah. Ausnahmsweise, okay. Literatur des 20. Jahrhunderts, Leistungskurs in Biologie, Theater, Sport. Also, Einzelstudentin, wie auch Chloe. Sie war ja auch früher mal und dann Vater verloren und... Ach, Mann. Ich weiß etwas, was diese Arcadia nicht macht. Weird. Lieben ist Arcadia. Was ist wirklich mit dem Feuer im Norden der Stadt los? Und wann kommt es hier runter und fackelt uns alle mit dem Feuer umarmen des Todes ab? Ich frage für einen Freund. Waspill 4 Bronies. Okay. Erster. Guy Fogget. Erster. 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 Nein. Brach das Feuer nicht einen Tag nach dem Feuerwerkspielte aus? Hm. Das ist ein kurioses Feuer, meine Freunde. Quellen im ABFD sagen, sie haben so etwas noch nie gesehen. Keine Ahnung, wie es begann. Keine Ahnung, wie es so lange brennt. Ein absolutes Mysterium. Setz eure Hüte auf Arlio. Lässt eure Hüte auf Arlio vor ihr auf und spekuliert. Ein Traum mit drei Streichhölzern wurde auf den Statt losgelassen. Peskos, 50% ernst gemeint. Warum nur 50? Peskos sind scheiße zwielichtig. Traust du denen zu? Sie hatten vermutlich Belassen und Leise zu verbrennen. Oder sogar Leichen. Ganz abgesehen von den Kermitwells, die sie in der ganzen Stadt verteilen. Höchst entzündlich. Die Stadt ist seltsam. Da gibt es sonst noch Neues. Aber warum männliche Models? Äh, warum? Okay. Die Stadt wurde von einem Indiana auf einem Indiana-Friedhof gebaut, oder etwa nicht? Friedhof der amerikanischen Urwohnung? Und nein, wurde sie nicht. Burn, kapiert? Thema Legalisierung von Marianer in Oregon. Wie ihr euch beteiligen könnt. Thema Anstieg der Blackwell-Gebühren. Und das meine ich. Das Feuer ist so krass. Es ist einfach mehr als nur ein Feuer. Es ist Magie. Keine Ahnung. Rachel hat immer so gemacht, dass ein A-Studio so einfach so leicht ist. Es ist fast so schade, dass ich all diese Arbeit sehe.